Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns diesmal an, welche Organisationstypen der Produktion es gibt. Vorab Bemerkung, alles was ich hier zum Thema Fertigung sage, kann man natürlich gleichermaßen auch für die Montage sagen. Bei der Werkstattfertigung nehmen wir unbewegliche, aber ähnliche Betriebsmittel und fassen sie in sogenannten Werkstätten zusammen. Die Erzeugnisse werden dann zum Beispiel mit Gabelstaplern zwischen den Werkstätten transportiert. In diesem reinen hypothetischen Beispiel hätten wir links als Anfang der Fertigungskette das Materiallager und rechts als Übergangspunkt zur nächsten Kette die Montage. Dann hätten wir hier vier verschiedene Werkstätten, einmal die Fräserei, einmal die Schleiferei, dann die Dreherei und die Bohrerei. Und die jeweiligen Betriebsmittel sind fest in diesen Werkstätten verankert. Wie Sie sehen können, sind mit der Werkstattfertigung, sind wir damit sehr flexibel, denn wir können unterschiedliche Fertigungsketten durch unterschiedliche Transportwege abbilden. Wenn zum Beispiel eine Erzeugnisart es fordern würde, kann das Erzeugnis die Werkstätten A und D durchlaufen, bevor es weiter zur Montage transportiert wird. Genauso gut könnte das Erzeugnis aber auch A, B und C durchlaufen, bevor es weiter zur Montage geht. Nachteil bei der Werkstattfertigung ist der Steuerungsaufwand durch die Koordination der jeweiligen Transportmittel. Und noch ein Nachteil ist die eher mittelmäßige Produktivität, denn es können bei der Werkstattfertigung Wartezeiten entstehen durch belegte Maschinen oder durch Umrisszeiten. Daher sagt man auch, dass die Werkstattfertigung sich eher für Einzel- und Serienproduktion eignet, als für die Massenproduktion. Ein anderer Organisationstyp der Produktion ist die Fließfertigung. Die Fließfertigung wird auch Linienfertigung genannt. Und bei der Fließfertigung haben wir unbewegliche Betriebsmittel. Allerdings sind die diesmal entsprechend der Produktionsreihenfolge der Erzeugnisart fest nacheinander angeordnet. Der Transport zwischen den Betriebsmitteln erfolgt dann zum Beispiel durch Fließbänder, daher auch der Name. Auch hier gehen wir von einem Materiallager am Anfang der Kette und einem Abschnitt Montage am Ende der Kette aus. Eine Fertigungslinie würde dann so gestaltet sein, dass die Rohstoffe aus dem Lager zu Beginn mit Betriebsmittel A verarbeitet werden, dann mit B, C und D und so weiter. Am Ende der Linie wird das Erzeugnis dann in die Montage überführt. Dieser Organisationstyp der Produktion kann sehr hohe Produktivitätswerte erreichen, denn die einzelnen Arbeiter machen immer wieder den gleichen spezialisierten Arbeitsschritt und werden sehr effizient darin. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde durch diese Produktivitätssteigerung mit dem Model T von Ford die Massenproduktion im Automobilbau eingeläutet. Zwei große Nachteile kennen wir inzwischen bei der Fließfertigung. Einmal die Motivation der Fließbandarbeiter und zweitens die mangelnde Flexibilität der Fertigung. Die mangelnde Flexibilität ergibt sich daraus, dass sowohl die Betriebsmittel als auch das Transportmittel fest installiert sind und nur mit sehr viel Aufwand umgerüstet werden können. Eine Möglichkeit, hier wieder ein bisschen Flexibilität reinzubringen, wäre die sogenannte Reihenfertigung. Dabei trennt man die lange Fertigungsreihe auf in mehrere pro Bauteil. Wir hätten hier zum Beispiel eine Reihe für Bauteil 1, eine Reihe für Bauteil 2 und eine Reihe für Bauteil 3, jeweils kleinere Reihen. Und durch Abzweigungen in der Fertigungskette sind wir jetzt flexibler geworden, denn wir können ohne großen Umbau ein Erzeugnis abbilden, das aus allen drei Bauteilen besteht, aber auch ein Erzeugnis, das nur aus Bauteil 2 und 3 besteht. Das zweite Problem ist die Motivation. Zwar können wir mit der Fließfertigung sehr hohe Produktivität erreichen, weil die einzelnen Mitarbeiter hoch spezialisiert sind und mit sehr hohen Lerneffekten arbeiten, aber gleichzeitig gibt es auf einem bestimmten Punkt auch wieder Motivationsprobleme, wenn man als Arbeiter immer wieder nur die eine Tätigkeit verrichten muss. Auch das kann mit Kosten verbunden sein, zum Beispiel durch vermehrtes Auftreten von Krankheitstagen. Eine Möglichkeit, beiden Problemen der Fließfertigung entgegenzuarbeiten, ist ein anderer Organisationstyp, nämlich die Gruppenfertigung. Die Gruppenfertigung stellt eine Mischung aus Werkstatt und Fließfertigung dar und wird auch Insel- oder Zellenfertigung genannt. Bei der Gruppenfertigung fassen wir verschiedene Teile der Produktion jeweils in Gruppen oder auch Inseln zusammen. Hier zum Beispiel Insel 1, Insel 2, Insel 3 und Insel 4. Innerhalb dieser Inseln ist die Produktion nach Fließfertigung organisiert. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist denn der Unterschied zwischen der Gruppenfertigung, wie wir sie hier sehen, und der Reihenfertigung, wie wir sie eben als Abwandlung der Fließfertigung vorgeschlagen haben. Bei der Reihenfertigung, die wir uns gerade angeschaut haben, sind die einzelnen Reihen nach Bauteilen gebildet, können also auch nur genau das eine Bauteil herstellen. Und die Bildung der Inseln bei der Gruppenfertigung erfolgt nach Bauteilgruppen, also verschiedenen Bauteilen, die ähnlich gefertigt werden. Dadurch sind wir bei der Gruppenfertigung viel flexibler als bei der Fließ- oder Reihenfertigung, denn einerseits kann jede Insel unterschiedliche Bauteile herstellen, andererseits können wir auch den Weg der Fertigungskette zwischen den Inseln variieren. Es hat sich gezeigt, dass dieser Organisationstyp gut für die Motivation der Mitarbeiter sein kann, weil die Arbeiter der Inseln sich als Teams verstehen und sich dementsprechend für das Team einsetzen. Die eingebauten Nachteile der Gruppenfertigung ergeben sich daraus, dass wir eine Mischform aus Werkstatt- und Fließfertigung haben. Wir sind nämlich weder so flexibel wie bei der Werkstattfertigung, noch so produktiv wie bei der Fließfertigung. Ein anderes Problem der Gruppenfertigung besteht darin, dass wir nicht ohne weiteres von einem anderen Organisationstyp auf die Gruppenfertigung umstellen können, weil wir hierfür ganz anders geschultes Personal benötigen. Man benötigt nämlich Mitarbeiter, die eher generalistisch ausgebildet sind, statt Spezialisten. Mittelfristig kann es natürlich ein Vorteil werden, wenn man eine breite Basis an generalistisch geschulten Mitarbeitern hat, besonders der Markt es erforderlich macht, die Produktion in andere Richtungen umzurüsten. Also besonders wenn der Markt es erforderlich macht, die Produktion in andere Richtungen umzurüsten. Als letztes haben wir hier noch einen Organisationstyp, der etwas aus der Reihe fällt, nämlich die Punktfertigung, die auch Baustellenfertigung genannt wird. Die Punktfertigung ist dann nötig, wenn das Erzeugnis so groß und schwer ist, dass man es vor Ort fertigen und montieren muss. Das bedeutet, dass wir die benötigten Betriebsmittel und Rohstoffe zur Baustelle transportieren und das Erzeugnis ist dabei unbeweglich, die Betriebsmittel dagegen beweglich. So, das einfach nur als Spezialfall. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.